Musik Okay, lass mal jetzt ganz normal spielen. Nääää. Nääää. Waffen spielen nochmal. Mach auf... Mach Zufallsrunde. Ne mach nichts, wie heißt es nochmal? Ähm... Die eine Map, wo Julian gut snipern kann. Ähm... Nicht frei für alle, nein nicht frei für alle. Ne mach Waffenspiel, ist lustiger. Waffenspiel auf Stand-Off. Und da gehen wir hin, mach auf Waffen... Wieso denn jetzt Waffenspiel? Ich dachte wir spielen nochmal. Nicht frei für alle, Alter. Frei für alle auf Carrier. Ist fast das gewesen, was wir gefragt haben. Ihr wolltet Carrier und ihr wolltet frei für alle. Stimmt. Keiner wollt frei für alle. Danke, ihr wollt frei für alle. Was hab ich für Waffen eingestellt? Das sind eigene. Das sind die vorangestellten Scheiße. Ne, wir spielen alle so frei. Das sind die voreingestellten. Ich kann mit denen nicht spielen. Weißt du, Junge, du kannst da deine eigenen Dinger nehmen. Ja, konnte. Ne, eben nicht. Alter, hast du doch gelernt oder was? Hab ich auch. Willst du Sniper ever? Maybe. Ich kann überhaupt nicht treffen, Alter. Ja, du. Kleine. 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 Das ist ein Scherz, Alter. Auba. Er kennt einfach da oben doch, ne? Nice. Was war das, Alter? Nice. Das war Hardscope. Alter. Fick dich doch. Ne? Einfach nur Hacks. Was? Hey, was war das denn bitteschön? Und wo kam das? Was ist denn mit dir? Der Evo hat mal wieder an. Guck ihn dir an, Alter. Ich hab nur gewartet. Ne, das war der Can, der an hat. Can hat an. Bitch. Dat rein. Nein. Da beinahe ich grad alle. Carrier, Sniper ist eh das beste. Ja, und Pörper. Alter. Alter. Fuck you. Ich hab mich hinten mit Messern verwechselt. Nice, Dego. Ich seh euch nicht. Du bist halt einfach kacke. Er ist so gut, Engel. Hä? Nein! Warte, Nutzer. Ich find keine Gegner. Ich bin auch nicht. Ich bin zu groß. Nein! Nein! Hä? Ich hab kein Netz mehr. Boah, Junge. Ich hab doch deinen scheiß Kopf drauf. Anders hab ich nicht. Hä? Hex. Hex. Einfach ne Hex. Was? Du bist hier ne Hexe. Wat? Ja. Lüge. Hört ihr mich noch? Ja. Nein. Hinten noch grad keinen mehr. Hinten noch grad keinen mehr. Nein! Hey, jetzt komm ich ja nicht von dieser Leiter los. Jetzt komm ich nicht von der Leiter los, Alter! Das ist doch ne Verarsch. Ich hab... Ich hab... Auf Nachladen! Du drückst ganz anstatt der Messern! Al... hä? Von wo bist du? Julian, das war echt minderwertig. Oh. Dein Ernst? Ich wechsle auch mal. Aufstehen bleiben auch, Nico. Was hab ich denn da für Waffen? Oh, man. Diese Drecks... Muschi mit deinen Drecksmassen. Hast du die, weil die so ver... Weil die so verzwickt ist? Boah! Fick dich! Fick dich! Ja? Boah! Alter! Am letzten verrack ich immer, ne? Fiss! Alter! Niko! Jetzt hast du ne andere Waffe genommen, du. Mist gebaut. Ja? Na, da geht's wieder los. Alter! Ich konnt nicht mal skoppen! Ja, aber du. Schlecht und lame. Boah, Junge. Verpiss dich mit deinem MG, ja? Ja? Geht gar nicht klar. Du Vagina. Ja, Wahnsinn! Oh! Hey! Ach, da. Das ist echt. Ich verschwinde das Ding mit, sobald du tot bist, nur so, ne? Ne, ne, das bleibt noch ein paar Sekunden lang da. Alter! Niko! Nutze! Niko, du hast mir meinen Kill geklaut. Was ist denn los mit dir? Ja, die sind drauf am Führen nachher, weil da seine Muschi war für ihn. Nö, weil die Scheiße sind mit der Sniper. Papestig. Wo bist du denn hin, Alter? Hä? Was sagst du? Wer ist schon wieder verschwunden? Nein! Das ist meine Killstreak gefickt. Ich will meine Killstreak gefickt. Oh Mann! Ich bin die ganze Zeit hinter Drago hergelaufen und dann tötest du mich. Was ist denn mit dir? Hätte ich ihn vorher töten können. Nein! Verdammt! Komm, das war gar nicht so schlecht. Hast du den Kill angekuckt? Nein! Nein! Nicht du! Nein! Habe ich nicht! Minderwertig bist! Ich find grad keinen! Fuck you! Nö! Irgendwann auch ein Team verloren! Alter! Wie Tomahawkst'n du! Boah! Nicht von hinten! Was ist denn mit dir? Seid ihr alle so anal fixiert oder was? Klar! Boah! Mann! Verpiss dich! Ich war geblendet, du! Ohh Junge! Oh nii mii 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 mii! Halt die Fresse! Der sich dauernd hinlegt hey! Stink mir! Ja! Machst du doch auch! Nee nicht immer! Verpiss dich mit deinemilioJunge! Boah ich schlitz dich auf! Nein machst du nicht! Mir geht dir Muni raus. Weißt du du bist ne Minderwertigkeit, mehr nicht! Deine Mutter ist minderwertig. Und zwar im Bett. ja so polen gut holen passt was läufst du denn und sehr die verpiste ich lasse ihn nicht töten vorher nein jetzt kommt er auch noch dahin verpiste ich nein ich bin doch nicht alter wo seid ihr jetzt hol ich mal gleich stand ist halt einfach drei meter von mir entfernt verpiste julian hat hat ich will hier keiner ich habe konterdrohne und drohne ich habe keine muni mehr in der hand der killer noch scheiße ich habe keine muni mehr und neue waffen kaufte plünderer bild von jan herrnsthaft ist nicht nett von dir ich habe keine muni mehr ist scheiße da soll ich töten ich brauche eine waffe von euch dahinten ist einer nein kacknob nico na gut endlich habe ich wieder munition bringen jetzt was hast du auch wieder muni von wo genau vor dir mal gesehen verspast weil der verdammte street haben sonst raste ich heute noch aus alter braucht wieder fleisch woher mich sofort wegnudelt doppel d ich habe ziel sogar ich war schon längst wo der jahre und habe ich denn die klasse naja das ist eine gute idee ich teste mal die autosniper auch dass ich erwischt nico glückwunsch das war ja nichts gemacht auch gut auch gut junge lernen lesen ich schaue jetzt auf minderwertige Bitches naja ne hab ich dich gekillt ne bleib stehen mann ich hab grad keine lust vernünftig zu spielen vernünftig ja so ein minderwertiger alter wer führt Drago führt auch diese Moschino ich führe aber schlecht aber nicht mehr lang auf dich hinzulegen Alter hör doch auf wie den Kills du stack du nutze Missionsweise die Fresse nein der bster Konter ever nein was ist dann mit dir wir haben auch vor mir zu sein vor mir zu sein der freundlichen auf mich zu töten mich nur noch zwei kills haben vorwiegern jedes mal diese drecks blendgranate trifft toll der bürger geworden also noch mal ich bin das auch standoff und noch mal waffenspiel damit du es auch diesmal richtig eingibst die betriebe als erne zu haben die betriebe ist das bitte ich habe gesagt ich habe die klasse vor ewigkeiten gemacht